Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Pflanzen gegen Zombies 2. Oh mein Gott, guck mal, wir kriegen hier das Blitzschiff. Uh, nice. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Wie schaut's denn hier aus? Können wir uns hier was Neues holen? Nein, uns fehlen genau zwei Sterne, dann kriegen wir eine neue Pflanze. Okay. Ähm, gut. Dann machen wir dieses Level. Und ich hab euch ja in den Kommentaren gefragt, wie würdet ihr das Level machen? Weil ich hab das irgendwie nicht hinbekommen. Also ich guck mal. Ähm, der Ventus Bahamut hat zum Beispiel einen Vorschlag gemacht. Und das werden wir jetzt mal probieren. Was die Lava Guave kann nicht überrollt werden, hat Hunter geschrieben. Das ist interessant. Ja, wobei, das ist ja wie beim Müschen, äh, wie beim Bömbchen oder so. Ne, macht ja eigentlich Sinn. Also, wir gucken mal, wir gucken mal. Aber ich probier das mal von Ventus Bahamut aus, was er vorgeschlagen hat. Also, er sagt, ne Reihe... Moment, ich nehme erst alles weg. Weg. Ne Reihe Hagelzuckererbse. Ne Reihe Knallerbse. Welche ist die Knallerbse? Ähm. Und ne Kartoffelmine. Was ist ne Knallerbse? Verdammt. Warte, ich muss das kurz googeln. PVZ Knallerbse. Was ist denn die Knallerbse? Knallerbse, Vicky. Dat ist die Knall... Okay. Ich weiß, was die Knallerbse ist. Und zwar, dat ist die Knallerbse. Jetzt habe ich den Kommentar von Ventus weggemacht. So, jetzt, ähm. Dann ne Reihe Kartoffelmine und dann ne Unendmus. So. Okay, 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 okay. Nehmen wir das noch mit? Nehmen wir die Düngerpflanze noch mit? Ähm, 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 ähm. Okay, kriegen wir hin. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Wir kriegen das hin. Alles easy. Alles easy. Wir kriegen das jetzt hin. Ja, setz doch mal hinten hin. Ui, 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 ui. Während der Ventus hast du geschafft. Heute schaffen wir das vielleicht auch. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir probieren es einfach mal. So. Den machen wir so weg. Und den machen wir so weg. Dann können wir jetzt hier weiter ausbauen. Oh, ich bin skeptisch. Bin so skeptisch. So skeptisch. Das ist doch gar kein Planungslevel. Oh, Moment, Moment, Moment. Er schreibt bei einem Planungslevel. Das ist ja gar nicht das. Oh, puh, nein. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Er sagt, bei einem Planungslevel hat er das so gemacht. Aber das ist ja gar nicht das. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, wenn man es so eben selbst verarscht. Hä? Wahrscheinlich. Ach, das Planungslevel hatten wir schon, ne? Egal. Es ist ein Vorschlag gewesen für das Planungslevel. Das machen wir jetzt bei dem Level einfach auch so, oder? Ach, komm, wird doch gelacht. Wir kriegen das hin. Geht down. Dankeschön. Da wäre vielleicht mal Schaden. War ganz gut, ne? Allmählich. Dann sollte man vielleicht die allmählich schon mal ein bisschen verteilen. Da die geslouden sind, wir porten die meisten sich gerade nicht. Das ist gut. Oh, oh. Tatütada. Tatütada vorbei. Okay. Tatütada ist vorbeigefahren. Alles gut. Ja. Bam. Da hat leider das dran geglaubt. Oh, oh. Wir haben noch keine zum Zurückschießen. Nein. Jetzt aber. Uh. Jetzt wird es aber kritisch hier, glaube ich. Jetzt, glaube ich, kommen nämlich schon die ersten richtig bösen Pflanzen. Äh, Zombies meine ich natürlich. Zombies. Die ersten bösen Zombies. Okay. Alles kein Problem. Wir kriegen das hin. Locker kriegen wir das hin. Ähm. Wir machen einfach nochmal so. Zack. Zack. Oh, oh. Wir dürfen das nicht wegknabbern. Oh, ich hätte die unendlos nehmen sollen, ne? Verdammt. Verdammt. Brauchen wir mal einen Dünger. Düngerino. Räum da mal auf. Habs verkackt. Schabs verkackt. Oh, oh. Jetzt gehen wir mal da hin. War jetzt nicht so gut gemacht von mir, ne? Da hab ich jetzt den ein oder anderen Fehler gemacht. Ui, 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 ui. So nicht. Oh, das Spiel bewirft eine Meldung aus. Oh, was wird das wohl sein? Ich bin neugierig. Nein. Okay. Okay, die sind schon wieder durch. Die Barrikade ist weg. Okay. Lass die Pflanze da in Ruhe. Boah, dann packen wir einfach die hin. Einfach nur Unendnisse hin da. So. Das lässt du schön bleiben. Weil immerhin regenerieren die sich ja. Na, würde ja Sinn machen, dass wir da Unendnisse auch hinpacken. Oh, das war's. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Okay. Ich hab also die Taktik genommen von einem anderen Level, die mir vorgeschlagen wurde. Ich bin ein Depp. Sehr gut. One turn. Five, five, red. Ah, Hirn. Sehr schön. Ich will aber kein Hirn haben. Ich will keins. Gut. Oh, oh, guck mal. Das sieht böse aus. Oh, ich hab vergessen, da zu drehen. Ich hab nämlich das heute gemacht. Ich hätte fast jetzt das dritte geschafft. Fast. Deswegen hab ich jetzt ganz viele dieser Dinger. Dann können wir hier mal drehen. Mal gucken, was gibt es denn? Zähteile für diese Pflanze. Nice. Und nochmal drehen. Und. Ja, genau. Bei dem 50-Tier ist es ganz kurz stehen. Guck mal. Jetzt kriegen wir diese Pflanze da. Und wieder der Käse. Aber dafür die Pflanze. Oh, die müssen wir uns gleich mal angucken, was die kann. Ja. Uh. Und nochmal Teile für diese Pflanze. Nice. Okay. So. Jetzt gucken wir. Was macht die? Oh, warte. Haben wir die mal noch nicht freigeschaltet? Aber, 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 aber. Sind das noch nicht genug? Aber, 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 okay. Warte mal. Haben sie das jetzt nicht mehr? Oh. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da ist die. Boah, wie? Wir haben nur sechs Teile. Aber wir haben doch zehn bekommen. Ach, das war, wette, das waren die Kostümteile. Ich wette, das waren Kostümteile. Warte, aber gucken. Und gucken. Ja, es waren Kostümteile. Verdammt. Wow. Das sah ziemlich heftig aus. Okay. Level Numero acht, glaube ich. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Hallo? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. 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 Mhm. Ja. Mhm. Ja, 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 okay. Ja, 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 ja. So. Es sind gar nichts dabei. Und wir haben keinen Platz. Und wir müssen... Ach, du Scheiße. Okay. Okay, dann halt so. Und schnell da rüber ziehen. Machen wir mal zwei, auf die wir es ein bisschen verteilen. Und wir müssen... So. Und wir müssen... So. Jetzt, na. Jetzt kommt der Schaden. Da matche, da matche. So. Noch eins. Noch eins. Es geht doch endlich drauf. Kann ja nicht so schwer sein. So. So, hier. Nimm das. Die sind schon mal voll entwickelt. Ist gut. So. So. Und jetzt würde ich hier mal allmählich dann verteilen anfangen. Sobald die da fertig ist, ist sie sehr schön. So. Äh. Shopback-Shooter. Okay. Ja. Okay, einen hab ich schon mal, weil wir noch bis zum zweiten Krieg. Passt. Die müssen wir da dann hinpacken. Aber dann macht man diese Pflanze jetzt kaputt. Dann wäre es besser, wenn ich die da hin mache und nicht da hin, oder? Ah, passt. Hat funktioniert. Okay, dann doch nicht da hin. Dann da hin. So. Die Back-Shooter da hin. Oh, warte, 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 warte. Hier volle Gigantor-Power. Weg mit dem. Ja, ja, ja. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Die Musik. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Okay. Ach, diesmal tanzen sie? Wow. So. Jetzt, oder? Ist die Schadensverteilung ever? Konzentriert auf einen Punkt. Sehr gut. Oh, nein, 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 nein. Du wirst dich da nicht durchknabbern. Das ist ja gemein, was du da machst. Das ist nicht nett. Nein. Das ist nicht nett. So geht das nicht. Nein, 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 nein. So nisch. So noch so einer. Egal, komm mal aufheben. Da komm, da ist da. Okay, da kommt der Gargantua. Da unten kommt auch ein... Oh, da unten kommt auch ein Gargantua. Schieben. Oh, warte, 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 warte. Miau. Vielleicht nochmal? Miau. Kann vielleicht nicht schaden. So, und jetzt da hin und den da kaputt machen. Sehr schön. Nein, man, ist die Pflanze kaputt. Nein, die machst du nicht kaputt. Guckst du. War gemein von dir. Darfst du nicht kaputt machen. Mensch, Gargantua, was tust du da? Okay, Level geschafft. Das war jetzt tatsächlich gar nicht mal so schwer. Hm. Und wir haben 85. Das heißt, wir kriegen eine neue Pflanze. Uh. Ui. Da bin ich mal gespannt. Was macht die denn? Ja, ja. Danke. 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 Okay. Die haben wir jetzt? Hoffe ich doch. Okay. Level Nummer 9. Oh Gott, da sind Hühner-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger dabei. Nein. Nicht die Hühner-Zombies. Nein. Oh, yay. Sehr gut. Wunderbar. Ihr Spimpel. Geistert. Scheibenkleister. Und wir kriegen ja auch noch vorgegebene Pflanzen. Okay. Ach so. Aber die ist dabei. Ach, easy. Dann schaffen wir das doch locker. Oder? Schaffen wir das locker? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Oh Gott, der hat auch ein bisschen Zeit. Ah, komm, wir fangen gleich mit Schaden an. Ist besser so. So. Gleich von Anfang an Britzenblitz verteilen. Damit, wenn Hühner kommen sollten, sie keine Chance haben. Ganz wichtig. Dürfen nicht Chance haben. So. Dann schon mal die verteilen. Da kommt schon der erste Hühner-Typ hinein. Okay, die Hühner sind weg. Haha. Sehr schön. So sollte das sein. Dann habe ich das blöde Gefühl, dass der Metall... Ja, natürlich hat der Metall unterm Hintern. Äh, eigentlich überm Bauch. Aber hey. Äh. Schlieb, schlieb. Okay, 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 okay. Das ist alles gut soweit. Da guck mal, willst du das freshen? Willst du nicht mehr? Bist du schon zu weit vorne? Habe ich mir fast gedacht. Naja, man hätte es ja mal versuchen können. Wir machen halt keinen Schaden. Ich hoffe, der Line kommt einer. Da ist ein Düngerino! Den können wir gleich mal ausprobieren. Ob der hier anders ist jetzt? Ne, das ist genauso. Okay. Naja, immerhin kann ich nicht sagen, ich hätte es nicht ausprobiert, ob der Dünger hier anders ist, als in der normalen europäische, deutschen Version. Okay, äh, das ist da hin. Da ist nochmal ein Dünger. Da ist nochmal ein Dünger. Verteilen wir die noch. Da mal random sowas rein. Einfach random in die Gruppe rein. Das machen wir da hin. Jede Menge Hühnerls. Da hat er nur bark, 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 bark. Überall, überall. Nur bark, bark, bark. Hey, nicht fressen. Keiner erlaubt das, das frisch. Ich muss jetzt mal einen Dünger da loswerden. Geben die da jetzt so gemein. Nein, nicht die Pflanzenfutter an. Nicht die Pflanzenfutter an. Nicht die Pflanzenfutter an. Das macht man nicht. Das ist der Mann. Kannst doch nicht die Pflanzenfutter an. Oh, die hätte ich auch gehabt. Ach, verdammt. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oder ich habe es ignoriert. Nennen wir es nochmal so. Ich habe es ignoriert. Warte, jetzt gehen wir mit der da durch. So. So. Yes. Jetzt können wir die alle kalt machen. Also, nicht in Sinne von Töten, sondern kalt. Kühle. Kühle kalt. Da nochmal. Alle kalt machen. Da auch alle kühle drauf. Kühle. Jede Menge kühle. Möchte wer kühler? Ich habe kühle für euch. Bitte schön. Kühle. Da auch noch kühle. Bitte schön, Sir. Wollen sie auch kühle? Kühle. Sir, ist hier auch kühle? Kühle? Ja, kühle? Okay, hier. Kühle. Kühle. Noch ein bisschen mehr kühle für die Leute hier vielleicht. Hier vorne will auch noch einer. Hat er zwar schon, aber... Wer will doch mal, ne? Ist doch kein Problem. So, und jetzt verteilen wir das gleich. So. Zack. Und jetzt packen wir da Dünger drauf. Und dann packen wir da Dünger drauf. Und da Dünger drauf. Und da Dünger drauf. Weil das Level ist vorbei. Das ist eh wurscht, was wir machen. Sehr gut. Wunderbärchen. Wir gewinnen halt jedes Mal wieder doch. Mal früher oder mal später. Aber ihr lieben Zombies, ihr werdet das einsehen müssen. Ihr habt keine Chance. Okay. Wir sind durch. Nice. Wir haben diese Pflanze. Pritzel, Pflanz, Pflanze. OP. Ich hätte die jetzt gerne auf Stufe Unendlich. Also so höchste Stufe, die es gibt im Spiel. Was? Gibt es vier? Vier, glaube ich. Genau. Ich möchte die jetzt gerne auf Stufe vier. Das wäre doch toll. Okay, ihr Lieben. Ich fahre viele Bücher an der Stelle. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.